herzlich willkommen bei fan tv mein name ist rené wir sind trendy steiles und modern und in den kommenden tagen berichten wir über nordic ski world championship in oberstdorf heute auf dem programm das team wettbewerb springen der damen hier die kleine zusammenfassung das springen der damen viel spaß bis gleich ciao ciao ja war das eine kleine wettbewerb es hat sich tatsächlich abgebildet es waren drei mannschaften die um gold sebum bronze gekämpft haben so wenig in schweden und österreich und tatsächlich bis zum letzten springen bis zum letzten durchgang wurde dann erst entschieden wer gold sebum bronze bekommen hat und diesmal hat österreich das glückliche händchen der bessere springen durch marita kramer und endlich wurde auch marita kramer durch ihre fähigkeiten in den flug und bei der landung nur bewertet mit guten noten und diesmal gab es kein zweifel keine verkürzungen kein desaströse leistungen für die jury ein fairer wettbewerb fairer bedingungen und faire entscheidungen ich muss wirklich sagen gratulation an österreich für das erste kreuz im team wettbewerb bei den damen gratulation an slowenien für silber und natürlich gratulation ansveden für bronze ich hoffe in den kommenden tagen dass wir wieder faire und spannende wettbewerber haben ich melde mich wieder bei euch wenn es wieder heißt herzlich willkommen bei fan tv mein name ist rené dann schauen wir mal welche diese pläne dann auf dem programm sehen ich wünsche euch alle ein schönes wochenende bleibt gesund passt auf euch auf was eurer händen halt die abstand ein damit wir schnell auch wieder live bei diesem sport event dabei sein können ciao ciao euren rené von fan tv